Ich müsste mal ein bisschen auch noch... Under, under... Oh, oh mein Gott. Ey, krass. Eigentlich muss ich in den Zirkus. Ich muss in den Zirkus. Warum gebe ich gesagt? So natürlich. Bisschen dämonitanisiert. Das war Zischi, das wurde auf dem Sonntag mit nur ein Glas Kaffee entkommen. Pluspunkt, jetzt musst du wirklich abonnieren. Ernsthaft jetzt. Jetzt singt er mit so einer stimmkranken Stimme. Stimmkrankenstimme. Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, eure Lieblingsgesangslehrerin, die ist gerade nicht in ihrem Studio, sondern die ist gerade in Hamburg. Und ich bin hier zu Besuch, um meine Eltern zu sehen und lasse mein Studio hinter mir und habe hier provisorisch was aufgebaut. Bin aber ganz normal am Arbeiten. Wie ihr wisst, arbeite ich ja online. Und das heißt, ich bin jetzt auch zur deutschen Zeit erreichbar und nicht mehr mit diesem 6 Stunden Unterschied. Ja, und ich hoffe, ich kriege die Wand und alles irgendwie noch ein bisschen fertig, dass es dann nicht ganz so kahl im Hintergrund aussieht. Kahl und gelb. Hm. Ja, und schwer zu erkennen. Ich habe mir schon die Haare geschnitten und blondiert und mich schon so ein bisschen frisch gemacht für euch. Und heute schauen wir uns mal Harry Styles an. Ganz, ganz tolle Harmonie. Klingt super gut. Ja, was mir gleich schon als erstes auffällt, also abgesehen davon, dass ich Harry Styles auch kenne, auch von anderen Live-Videos auf meinem größeren Kanal. Ich muss irgendwie so leise sprechen, weil der Hals so laut ist. Nicht nur, dass es mir auffällt, dass er natürlich super gut aussieht, klar, nein. Sondern, dass er den Mund auch relativ geschlossen hat. Ihr wisst ja, dass ich ganz oft sage, jeder Lehrer sieht es immer anders. Großer Mund, breiter Mund, Ambisher, mehr, weniger. Und wie ihr sehen könnt, ist hier doch das Ganze noch minimal. Wir wissen aber, dass bei einer bestimmten Lautstärke, bei einer bestimmten Höhe musst du automatisch deinen Mund aufmachen. Da kommst du nicht drum herum, weil du möchtest ja auch eine vernünftige Resonanz haben. Du möchtest aber auch Freiraum kreieren und Platz schaffen für die Zunge. Aber bei Harry Styles wissen wir auch, dass er das macht, in ganz anderen so Live- mit Band-Versionen. Und ja, lass uns mal weiter schauen. Das ist nämlich das Ding, wenn man, also entweder kannst du Ihr seht, wenn ihr den Vokal verändert, wie sich dann auch der Ton verändert. Also dieses In ist ganz oft so eine Rockmusik zu hören. Und ich spreche auch ganz häufig mit meinen Schülern darüber. Aber das In hat mehr Kraft. Hat aber auch manchmal einen metallischen Sound. Und da muss man nämlich genau gucken. Wäre vielleicht besser, weil es einfach einen poppigeren, helleren Sound hat. Aber es ist dann echt Geschmackssache. Und es hat wieder was mit euch zu tun, welchen Vokal ihr benutzen wollt und was ihr halt einfach mögt. Ich weiß noch nicht, dass... Das ist dann... Das ist dann... Ja, wir machen mal bis hierhin, wir gucken mal, ob wir vielleicht eine andere Version finden, wo er so ein bisschen mehr Gas gibt, weil er hat ja auch richtig gute Live-Sachen. Hier Brit Awards, da klickt ihr oder soll ich mal Adore You? Ich mach mal das Adore You. Ich mach mal Adore You jetzt. Graham Norton Show. Oh, das hab ich auch gesehen. Okay. Wow, cool. Das ist ein bisschen jetzt mega Unterschied, das haben wir gesehen. Okay, da muss ich direkt Stopp machen. Das ist eigentlich ganz gut, dass wir hier diese zwei Unterschiede haben, weil in so einer Akustik-Version bist du viel mehr gezwungen, kontrolliert, sauberer zu arbeiten. Du musst dich dann auch mit deinem Backing-Sänger gut abstimmen können. Ihr habt ja gesehen, die haben einen Dreiklang benutzt und das funktioniert nur, wenn du dich wie ein Teppich über die anderen legen kannst. Also bei der Harmonie ist es ja ganz wichtig, dass alle sauber und akkurat sind und dass es auch clean ist. Also dass man da nicht so eine große Individualität reinbringt wie beim Chor, sondern dass man wirklich sich aufeinander abstimmt. Und man muss einfach softer und kontrollierter sein mit seiner Stimme. Breath-Management ist da ein großes Thema. Und hier sieht man, das ist ein anderes Setting und da ist einfach mehr Beat. Da ist einfach, die Band ist jetzt da, es sind viel mehr Instrumente da, die jetzt einfach, ja, das Ganze rockiger Härte anspielen. Und dann kann man und darf man auch anders singen. Und so, dass es auch zu der Musik natürlich passt. So. Das ist so ein hohen Rasp, so ein bisschen in der Stimme, ne? Ja, das ist so ein cooler Halbraum. Ja, ich finde ich hier wirklich so ein bisschen ausdruckslos im Gesicht. Das ist gerade bei uns großes Thema im Studio ist Gesichtsausdruck. Aber hier sieht man auch immer wieder, das ist ganz interessant, er wirkt relativ entspannt. Aber er wirkt jetzt auch nicht so, als ob er in einem Song ist. Der Song ist ja so ein bisschen sexy, maxi, hixi. Adore you. Und ich hab, er wirkt halt sehr konzentriert so, ne? Also es gibt so Aufnahmen von ihm, wo er mehr in dem Song drin ist. So, nehmt die Kamera auf. Ich muss immer wieder gucken, weil mit diesem neuen Setting und diesem schlechten Licht. Guck mal, das Licht, das ist in Hamburger Wetter, bitte verzeiht mir, aber das Licht wird sich heute gleich fünfmal verändern wegen der Kamera. Ne, wegen dem Licht, wegen dem Licht. Weil Sonne scheint, Regen, Sonne scheint, Regen. Okay, lasst uns mal weiter schauen. Tolle Harmonie im Hintergrund. Ja, was mir auch natürlich auffällt, ist so ein bisschen die Haltung. Wie gesagt, weil es ist gerade aktuelles Thema bei uns im Studio. Wir haben hier viele Schüler, die bei Castings unterwegs sind, auch bei The Voice. Die SDS habt ihr ja schon in meiner Story gesehen. Und man achtet jetzt natürlich auch auf ganz viele andere Sachen. Also Haltung. Auch mal interessant zu sehen, wie jeder Künstler eine verschiedene Haltung hat. Und von wo er die Power nimmt. Also ist es aus dem Stand, ist es aus der Haltung, ist es aus dem Kiefer, aus dem Nacken, ist es aus den Beinen, aus dem Rücken, wie Celine Dion. Also jeder hat da immer so seine Powerpoints beim Singen. Und Harry ist hier sehr frontal, also mit den Händen hier ans Mikrofon. Und der bleibt relativ gerade stehen. Also es ist wirklich wenig, er bewegt sich jetzt nicht durch den ganzen Raum oder so, sondern es ist wirklich sehr... Hat da irgendwas geblinkt gerade? Jetzt muss er auch schon wieder gucken, ne? Ja, so. Hat er noch. Ja, und dabei waren die Zähne ganz schön zusammen. Interessant. Und guck mal, es geht trotzdem, ne? Aber das würde ich dir als Anfänger nicht empfehlen. Ich würde dir wirklich nur empfehlen, also nicht jetzt wie er die Zähne... Ich kann das. Vielleicht könnte ich sogar mit geschlossenem Mund singen. Nein, ich muss nur ein bisschen auch noch... Oh, oh mein Gott. Ey, krass. Ey, ich muss in den Zirkus. Ich muss in den Zirkus. Warum gebe ich geschlossen, so richtig. Im Zirkus verdient man sowieso bestimmt mehr. Okay, alles klar. Gut. Was ich noch sagen wollte, ja, also interessant kommen wir hier die Zähne zum. Ja, aber für Anfänger, no. Don't do it. The breath. Das war natürlich cool. Ja, super. Ja, ich mach jetzt mal bis hier, weil das Video wird bestimmt dämonitanisiert. Das war das zirrige Wort auf dem Sonntag mit nur einem Glas Kaffee. Und jetzt musst du wirklich abonnieren. Ernsthaft jetzt. Auf jeden Fall, dieser... Also das finde ich auch cool, diese Harmonien. Sorry, man. Nicht auf den Sonntag um 12. Das tut mir leid. Aber ich mach das nochmal ordentlich. Ne, heute ist es nicht. Das tut mir leid, Leute. Ihr wisst, ich mach's immer vor in den Videos. Aber ich bin in dieser Woche auch wirklich total stimmlich am Rauchen. Weil das Wetter so schlecht ist. Und ich... Ja, guck mal meine Stimme. Ich klinge, als ob ich 10 Tage nur geraucht hätte. Und ich rauche nicht. Das ist der Stuhl, der quietscht unter meinem dicken Popöchen. Ich find auf jeden Fall den Song richtig cool. Ich guck mir ein bisschen mehr Sachen von Harry Styles an. Es ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Harry Styles und die ganze Zeit. Und du, die wisst ja schon, ich bin so ein bisschen älter, ne. Ihr wisst das ja schon. Aber... Ja, auf jeden Fall mag ich diesen Rasp. Den mag ich auch bei Frauen gerne. Wenn es ganz so doll ist, was... Ob da jemand wirklich so eine Distortion hat, ist es dann nicht meins. Weil ich kann sowas nicht hören. Dann denke ich immer, oh, der Mensch ist stimmkrank. Und jetzt singt er mit so einer stimmkranken Stimme. Stimmkranken Stimme. Bäm. Aber auf jeden Fall. Aber ich mag diesen kleinen Rasp da. Ja, aber was mir so aufgefallen ist. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl gehabt, es war so emotional transportiert. Also ich hatte das Gefühl gehabt, er war die ganze Zeit relativ konzentriert, dass er es gesungen hat. Es gibt von ihm einfach bessere Aufnahmen, wo er mehr drin ist. Und ich bin auch so ein Typ, der... Ich brauche das, wenn der Sänger so drin ist. Im Emotionalen. Und dann gibt er alles. Und der tut sein Herz aus... Der tut... Oh Gott. Der demonstriert uns seine Gefühle jetzt in dem Song. Also ich mag das halt total gerne. Weil das ist für mich künstlerischer Ausdruck. Ja. So, ich habe auch heute die ganze Zeit so geredet, weil es so halt in dem Raum, dass ich mich richtig zusammennehmen muss. Ich sage es euch. Meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt, weil ich möchte die ganze Woche nur Analysevideos machen für euch. Deswegen schreibt mal bitte ganz dringend rein, was ihr sehen wollt. Ich sehe euch in meinem nächsten Video und Hashtag Starke Stimme, Hashtag nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Alltag. Mit Power singen, Mixed Voice lernen oder dich auf dein Casting vorbereiten, das und vieles mehr findest du in meinen Übungspaketen schon ab 16,99. Außerdem Einzel- und Gruppenunterricht als Online-Kurse von zu Hause aus. Werde Teil der zukünftigen Starke Stimme Academy ab 19,99 und sieh, was dich dort erwartet. Schau vorbei unter tanjalevyvocalstudio.com Untertitelung des ZDF für funk, 2017